5 Sekunden left! Nein, danke. Okay, du picknest! You know what to do! Wen pickn? Ernsthaft. Ernsthaft Lion, ja. Die predikten eh nicht, dass Mitte ist. Ja, darum ja. Hatte ich schon ein paar Mal. Hat jemand einen geilen Skin für Lion? Nein, ich hab nämlich gar keine. Ich hab ziemlich viel. Für Lion, oder was? Ja. Ihr habt die Hand und das Zepter und... Ja, für Lion hab ich ziemlich, ja. Also wenn's euch nicht stört ohne Skin zu spielen, dann können wir schnell swappen. In Endgame wieder. Kann man zweimal swappen? Ja. Also ich würd gern das von Rubik haben. Das was nicht zu teuer ist. Remember! The goal is to have fun! Das kostet... Who am I kidding? Your pick now! What? What? Huh? Uh... 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 In der Theorie sieht unser Leinsatz ziemlich übel aus. Yep. Oh ja. Funktioniert. Ich glaub mir das funktioniert. Ich glaub mir das funktioniert. Demi ist mit Lion mit, da hat man halt kein Kill Potential wirklich. Wenn er auf Carry Sachen geht schon. Äh... Clockwork, what? Yep. Ah... Ich hab's ne'n Clockwerk mit mir raus zusammen. Ja gut, Clock ist an die Hälfte der Zeit alleine, das ist okay. Ach, der Clock war a Legend. Gut. Haben die Gegner schon wieder nen Booster? Nee. Nicht. Ach, ich hab mir immer... Your pick! This is where you win, don't lose. Your pick now! Hey, Meepo! What? Der ist der große Überraschungspick. Let's... Neunter Pick. Drei Supporter, ein Offlane und nen Carry. Okay. So. Over. Manchmal funktioniert's. Jetzt dürfen's aber keine Anti-Mate. Okay, Respektor ist geil. Respektor ist easy. Am Anfang kann der nicht viel Manus, stimmt. Genau, eine Ulti nennen ist weg. Ich mach mir... Ich werd mir sowieso, äh, ein Shadow Blade am Anfang machen. Das werd ich später erst dann zum Silver Edge machen. Dann fällt Spectre sowieso so sauschnell um. Aber krass, das ist mir letztens jetzt auch gefallen, wie schnell Spectre stoppt, wenn es die... wenn sie die Passive nicht mehr hat. Mhm. Jaja. Ich hab genau denselben Skin für Void. Ich hab genau denselben Skin für Void. Ich hab genau denselben Skin für Void. Ja. Auch mit den Armchen und äh Schultern. Ja. 100% erzählber. Äh, für den Weg hättest du ihn noch nicht holen dürfen. Er stattdessen zwei Iron Branches. Und zumindest noch eh ne... Äh... Äh... Noch eh mal Tango mehr. Kannst du besser eine Lane stellen. Aber gegen die beiden macht das eigentlich relativ wenig Sinn. Äh... Äh... Eigentlich ist er ja auch bei denen mitdockt in der Mitte, also... Wer weiß. Das bezweifle ich. Und Invoker Support. Ey, hab ich schon gesehen? Ja, ich auch. Ja. Und der Invoker war leider gut mit seinen... Äh... Ja, Invoker brauchst du nur ein paar Level, dann hast du schon deine Basics Sachen. Hast du halt nicht die Reichweite und alles. Sag mal, was ist das alles eigentlich für ein Invoker? Der hat keinen Sunstruck in den Base gemacht. Ach, hat er. Ach, hat er tatsächlich? Naja, ich war nur noch genau. Wahrscheinlich zu spät, oder? Ja, ja. Ja, es zählt doch nicht mehr. Na komm, lass mich tanken. Okay, Mirana ist besser. Hm. Ja, pass auf mit dem Arrow. Wird den Arrow verressen und dann... Wenn dein Arrow benutzen wird. Ja. Ja. Und Axe ist... Ja. Axe geht! Hier kann ich mich dann rückwärdig in die Lange stellen und... ...durch in die Tower. Wollen wir keine Probleme machen. Ffff! Äh... Es sind drei hier unten. Aber der hat doch den Arrow. Wenn ich jetzt hier rauskomme, das wäre echt der Hammer. Das ist nur ein Kurier. Alter. Ja, der Kurier war... Ja, der Kurier war ziemlich unglücklich. Ja, ist so. Ich zähle meistens wirklich so unabsichtlich. Ich denke mir so, ja, das macht dir kein Damage. Damage auf Blame Lines und dann BAM. Weiß ich nicht, wo die Damage sind. Wie gesagt, ich zähle ich mich. Echt schlimm. Aber das, was K.A.R.I. sagt, ist es gewohnt, dass die K.A.S. wird. So muss ich auch einen Kurier machen. Ah, der Kurier war ein bisschen doof von mir. Ja. Hm. Ah, die haben sich selbst gegenwärtig geblockt. Geh raus, geh raus, geh raus. Ich wollte jetzt so zu spielen. Die neuen Alchbunderspelzen sozusagen. Axe geht! Ich wollte das zu spielen mit den neuen Alchbunderspelzen. Ziemlich geil, aber auch so. Der kann mehr als zweimal, der kann ziemlich oft zuhauen. Echt oder was? Der hat jedes Mal die 25% Schlag. Äh die 22. Also jeder zweite Schlag hat auch nochmal. Aber da kannst du dir runter rechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, also... 22 von 22 von 22. Theoretisch ist es möglich einen zu Tote zu holen mit einem Schlag. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1,5 Millionen oder so. Ja, das ist überhaupt nicht okay. Also, das ist ungefähr wie B. Mach das auch mit einem Schlag. Verpricht dich mal. Axe charges. West is for the dead. Bist du das wirklich? Aaaaaah! So ein Mist, ich hätt nur einen Spin gebraucht. Doppel Retail, Axe return! Oh, das kann ich. Oh, das kann ich. Ich weiß, ich brauche gerade so abgenkurrieren. Oh nein. 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 Axe geht. Prove yourself. Oh nein. No. Cut and run. Axe runs. Oh. To battle. Rest is for the dead. Fight if you can. Oh. Damn. To the enemy. Wankers hub. Axe charges. Oh. Let's try. Let's try. Enemies need killing. Thank you. Thank you. To the war's team. To the war's team. The F.K. for a second. Axe goes. Yeah. Persona combo. How is it going with the war's team? Good day to fight. Into war's team. To the war's team. To the war's team. Cut and run. I need a near future game. Rest is for the dead. Okay. Ah. Axe charges. To the enemy. Oh, ich hab ne Invis. Ich renn auch noch rein. Wir können den Invoker holen. Ich hab ne Invis. Ich schreie neben hinten. To battle. Come and get it. Show your word. Oh. Oh. Oh boy. The enemy attack in your middle tower. Don't let him do that. Dann war auch falsch. Ha ha ha. Ist er grad bei euch. Axe goes. Ne. Äh. 90%. Axe runs. Warte, hier. Warte, 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 warte auf mich. Aspect da mal wieder ein bisschen ausbremsen. Was? A-X charging. For the dead. Ja, klar, Midas auf den Wokke ist nichts Neues. Ach, da bin ich jetzt die Krono nicht. Ich habe den Kopf gemacht. Ich habe den Kopf gemacht. Axe go! Was ist das? No, warum schon? Oh, fuck. Ah, fuck. Geld veränderst du. Und Oh So schnell Oh Well played Oh Oh Well played Oh No kill Axe charges Enemies Need killing Attack Cold push deals Oh 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 Man I Trust my End Come Get up Get up That's the water Cut to the chase To the enemy Get up If your mid tower could talk It'd be pretty manager Alley the tropes are here Cut and run I have detection I have detection I have not Good day to fight If you 10 seconds wait I have detection And if you don't I have detection And if you don't Show your word That's it Oh Okay Oh Oh Komm schon Wir gehen Invis Shit man Wieso finden die immer so gute Kombis Wieso ist immer einer da der mich countert Was wird denn Spin Back in action Pfff In to wars team Ich bräuchte erstmal Blade man Und dann Pipe Damit Mit Oh man Ich bin schon wieder down Ich bin schon wieder down Und Mit Tango sonst Du brauchst Kaffee? Bis dann, Meledick. Dann gibt er mir noch einen Uhrenschatz drauf und ich bin weg. Er hat sich ja einen Tankenhoch und er hat mir das gebaut. Axe ist zurück! Axe läuft! Ah, komm schon! A dominante Performance! In der Kampf zu kämpfen! A dominante Performance! In der Kampf zu kämpfen! Ich werde den Spectrum-Battung gleich kennen! Axe attack! Ich muss den Blocker-Klein an den Kampf zu kämpfen! Und dann noch eine Frage! Ach, schon wieder. Aber was ich versuchte? Wenn du die Macht zu töten, dann wäre ich ziemlich verrückt auf dich! Was ist das dabei? Zeit ist Geld! Axe! Ach, ich bin zu viel, Mann! ACH! Ist das zu viel, Mann! Verzeig dich nicht! Ach, ich bin zu viel, Mann! Ach, ich bin zu viel! Ich habe ihn geholt. Wir gehen auf Diffo. Ready? Ready? Nice try mit der Höttingens. Ich habe ihn mit der Höttingen. Ich habe ihn mit der Höttingen. Kumpel, ein Schocker hundertmal ist. Jetzt war mir ein Wattplatz. Mein Blink! Ich habe ihn mit der Höttingen. Ah, ich bin schon wieder tot. Ich verstehe es nicht so gut. Ich bin einfach so fertig. Ich verstehe es nicht so gut. Good day to fight. Rule yourself. Here comes the axe. Axe runs. Axe charges. If there's an attack here. I kill. Oh. 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 Wo ich hingehe? Keine Chance. Der Stock, der verfolgt mich, weil er mich killen kann. Ah, komm schon. Echt? Einen Strich sind 250. Halt. Aber nein. Keinen einzigen Kill wiederbekommen. Der 1-8-1. Und der Midline ist Level 11. Alter, die meisten Kills. Oh, schau dir, 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 dir. 30 Sekunden. Oh, mein Gott. Was zur Hölle, Mann. Was zur Hölle, Mann. Was zur Hölle? Also, ich könnte... Ja, kann ich jetzt verworfen. Ah, nur eine Melodikt und Uhren. Das ist alles, was er braucht, um einen Axe zu killen. Das kompressenen Axe ist bekommen. Ah... Der H harekt seinen Diffusel. Warum müsste ich eigentlich jedes Mal farmen? Ich habe ihn für dich gestackt. Ich weiß, ich dachte, wie kann das da? Ich habe ihn für dich gestackt. 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 Ich habe ihn für 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 gestackt. fuck ahhh fuck fight if you have enemy queen killing yo ahhh Alles verwechselt. Oh, ein Clockwork. What the? I keep my enemies close. And their corpses closer. Leidner, natürlich. Ich liebe dich. Ich mach das weg. So, irgendwie ja, es ist ... Was möchte ich denn das nehmen? Ah, okay. Ja, ja, nimm du. Der wird wahrscheinlich auf Radiance gehen. Wir haben nichts gekauft. Kein Bleib mehr? Invisibilität. Wir haben ein Bleib mehr. Ich sagte, dass du kein Bleib mehr hast. Ach, geschaut. Wer andere ist da? Jetzt sind alle da weg. Da könnte ein Brot stehen. Nein. Achtung! Ja, das habe ich zu früh gesehen. Oh, der ist voll der Kripp hat. Er fällt also fast weg. Oh, shit, man. Ja. Oh, dieser Involkan. Dass der doch ausgespielt, ey. Ah, die hat von mir an Arrowbreite. Die Spade. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Die Spade. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh. WTF?? Die Spek da noch die ganze Zeit mit dem Mehl her gerannt. Ich kann nicht schrotzen Jede rotzend Destruction? Nein, etwas mehr funktioniert. Klar noch müsste ich mit einer Ulti killen, ja. Bitch. Lass mir den kommen. Axe Charges. Meine Vanguard zusammen. To the enemy. Good day to fight. Get some. Vanguard. To battle. Come to battle. Axe Charges. Axe goes. A slice of the action. Rest is for the dead. Martin. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Lockwark hat den Nulle feiern. Oh, fuck. 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 Oh, fuck huh. Oh, fuck Oh fuck. Montag. Ähm... Das war... Oh, fuck. Natürlich. Oh, damn it. Das sind 100 Schaden mehr. Oh, damn it. Axe trades in death. Here comes the Axe. Why? Arms will begin. Axe charges. Wet my blade. Soldier of fortune. Your top shrine is under attack. It is not yet time. Good day to fight. Damage. Good day to fight. Axe attacks. No. Axe charges. Just to me. I'm so dead. I'm sick of getting there too. 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 Ja, das ist doch gut. Ich hoffe, dass wir da eigentlich stehen können. Ich könnte... Jedes Mal wieder. Wie kann Orknen mehr mit denen? Oh man, ey. Ich spinne jetzt aber erstmal raus. Ja, alles klar. 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 Ja, alles klar.